Ich begrüße euch zu meinem zweiten Sondervideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Bezahlung der Corona-Aufwendungen. Mittlerweile sollte jedem bekannt sein, dass die Corona-Pandemie erhebliche Kosten verursachen wird und hohe Kosten verursacht hat. Anstelle endlich die Kosten einzudämmen, wird immer mehr Geld in Pakete gestopft, welches nicht existiert. Anders ausgedrückt, vollständig, ausschulden. Wie es bei Schulden nun mal so ist, irgendwer muss irgendwann diese zurückzahlen. Es ist natürlich einfach, einfach den nächsten Generationen bzw. bei den Höhen den nächsten Generationen diese Bürde aufzulasten. Ist dieses aber fair? Ich meine nicht. Die EU will derzeit erstmals in der Geschichte, sogar entgegen der europäischen Verträge, eigene Schulden dafür aufnehmen. Die Rückzahlung soll durch die Mitgliedstaaten erfolgen über viele Jahre. Über wesentliche Fragen wurde sich jedoch bislang gedrückt. Was ist, wenn wie die Briten ein weiterer Mitgliedstaat die EU verlässt? Muss ein solcher Mitgliedstaat an der Tilgung mitwirken, nachdem er ausgetreten ist, ungeachtet meiner persönlichen Einstellung zur EU? Ich vermute, dass es so ist und so ein Austritt weiterer Staaten an Absurdum geführt werden soll. Die EU wird zu einem nicht zu entkommenen Schuldengefängnis. Die Briten können froh sein, dass sie nicht mehr dabei sind. Was ist mit neuen Mitgliedstaaten der EU? Wenn Mitgliedstaaten der EU, die neu dazukommen wollen, direkt nach Aufnahme mehrere 100 Milliarden verschuldet sind, weil diese ab dann die Gesamtschuld mittragen müssen, würde dann überhaupt noch jemand Mitglied werden wollen? Diese Fragen müssen geklärt werden, bevor nur 1 Cent an Schulden für die EU genehmigt werden kann. Zum Thema Europa und EU wird ein gesondertes Video kommen. In Deutschland alleine sieht es nicht anders aus, nur dass dafür unsere Steuergelder herhalten müssen. Ein Video zum Thema Steuern findest du oben unter dem i. Damit aber die nächsten Generationen nicht übermäßig belastet werden, müssen bereits heute Maßnahmen getroffen werden, die die Rückzahlung vereinfachen und künftige Generationen entlasten. Zum einen sollten ab sofort keine Geldleistungen mehr an Personen ausgezahlt werden, die erwiesenermaßen ausreisepflichtig sind. Ausreisepflichtige Migranten, also alle, die keinen Asylstatus haben, dürfen nur noch Sachleistungen und Einkaufsgutscheine für das Nötigste erhalten. Das gilt für alle Asylsuchenden, die noch keinen Asylstatus erhalten haben, also wartend sind. Ein Video zum Thema Migration wird noch kommen. Kindergelder wurden eingeführt, um in Deutschland lebende Familien finanziell zu entlasten. Es hat sich entwickelt, dass auch Kindergelder ins Ausland überwiesen werden. Auch hier muss ein Riegel vorgeschoben werden. Alle Kindergeldzahlungen für nicht dauerhaft in Deutschland lebende Kinder sind einzustellen. Nur in Deutschland lebende Familien haben das Recht, diese Gelder zu bekommen. Zum Thema Familie kommt noch ein gesondertes Video. Anstelle die EU zu unterstützen, eigene Schulden aufzunehmen, sollten alle Gelder, welche an die EU normal gezahlt werden, also alle Mitgliedsbeiträge und freiwillige Leistungen, einbehalten und für uns in Deutschland zum Eindämmen der Pandemie verwendet werden. In meinem Steuervideo, oben unter dem i, habe ich bereits viele Sparpotenziale geschildert. Ebenfalls sollten alle Abgeordneten im Bundestag und in den Landtagen, bis die Schulden vollständig ausgeglichen sind, nur gekürzte Politikergehälter bekommen. Alles, was die 3000 Euro im Monat übersteigt, sollte in die Rückzahlung gehen. Diese Maßnahmen werden die Aufwendungen für die Pandemie nicht vollständig tragen können. Sie können aber einen großen Teil dazu beitragen. Wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg 1. 2. 3. Untertitelung des ZDF, 2020